herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft after humans und mit dem netblog und dem geier und mir den tom table der herr frense kommt etwas nach der sein zug fährt nicht ihr könnt ihm einbauen guck mal wenn aufnahme etwas länger läuft wo bs wenig werden wir getreut knöpfen das aber eigentlich eine coole idee die kreppen dann kommen die scheiß landen nicht zu mir unter an mein lager mein plan beim plan war es mal gucken was für die energiezellen sagen muss man ein spiel dafür ist im system sind so ein verteiler ding bauen dass wir über die ganzen alle häuser einhaften jahne verbindet man alles später mit der system unterrichtung machen mit dem mit das am besten ist wenn man gleich zum wartungsschacht einplant so ein 3 x 3 3 x 3 wartungsschacht für top wo so ein ding da hinkommt und einmal sind kann er zum beispiel keller bohnen vor allem also ganze dinge natürlich laufen zu allen häusern meine freundlich genau so ich gehe erst mal aber wohl möchtest du da gleich mitkommen dass ich gleich die laba stelle zeigen kann herr martin ach so naja ich habe das schon mal aber geholt aber klar warum nicht mehr aus der wo ich da wo ich die pumpe gesetzungen ach so ja da auf jeden fall kann ja wie sieht es aus holst noch mal ein stack eisen noch nicht noch braucht mein haus weiter hoch alles klar ist aber ein haus normal so eine halbste das haben ist was wir wollen dann gleich mal dann müssen wir haben wir mal zurückkommen mit andere tor abbauen ja genau hier sind sie haben sie ganze lassen so hier hoch naja stimmt ja dass ich der gast ist schon ausgetobt warum wofür wir sind wir wollten gucken ob das wirklich funktioniert jetzt nach unten und hört es zumindest jawohl was ist das scheiße wo sind scheiß fläder aus der scheiß irwisch also wie du siehst hier sind schon ein paar fackeln ja ich habe ihn gehauen und zurück ich habe ein paar punkte die leistigkeit her hat er was getroppt das ist schon ein baum das war ist denn das hier für ein zoo so jetzt kommt es schnell weg ja das ist hier siehst du schon ein kleiner ein kleines bogalo so wir noch mal kurz weg gehen und wo zieht er das denn muss ich mal gucken naja siehst du in rüssel warum jetzt hier hinten da war sie ist das hat unendlich klar oder genau so wird es ja auch feuer noch nicht helbark wurde so das habe ich erstmal wieder sehr 64 einmal genau das ist sozusagen hier meine laba tankstelle das ist gut von der leistigkeit her was habe ich denn slowness weakness mining fatigue nausea was ist denn da los ach so fast tot ja kommst du erst so halt das verraten das müssen wir gucken vielleicht vielleicht doch wirklich ganz günstig also entweder wir müssen wir gucken wie das mit dem wasserrad war oder wir gucken natürlich davon dass mit dem wasserrad brauchen behandeltes holz ja das können wir mit dem kopf machen kopf kriegst du da kannst du behandelst dann brauchst du auch so drei mal drei mindestens leck mich fett was los das hat noch wie rosa kommt und haben wir gesagt war warte mal bis ich oder wir könnten natürlich du kannst es natürlich schon vielleicht schon glücklich kaputt machen kann ich ja nicht eine brust also was krass so was kann ich dir fixe genau so ich habe dreimal feuer mitgenommen übrigens dreimal feuer oder ist ein drüber feuer ich habe dreimal feuer immer mit inventory und schon vorher genommen feier 51 wie geht das hast du wenn du siehst hat schon da auch wieder was das ist mir doch sehr unkloch ich probiere mal ob ich das kaputt kriege das okay das tor ist schon mal kaputt das ob sie den auch gleich mit klasse ich habe rechts eine treppe hochgebaut was du nicht gesehen hast ja da bin ich hergekommen ach so den weg nicht mehr gefunden noch ein ogre so erstmal verpissen hier die das überleb ich sonst nicht brauchst du essen oder was will ich eigentlich leben schon wieder steht das bei mir ich weiß nicht warum fack fack böse bogen ja kommen wir mal hoch genau was hast du dir mitgebracht da oben steht noch ein ogre übrigens feilenbogen wie wir feigte noch und drei feiler ich noch erst mal dessen ok ich bin voll ganz hoch ganz hoch ist so und zusammen bekämpfe dort ja da bei großen prügel das kopf habe ich hellbar gut habe ich hier drauf gekriegt ja das habe ich mitgenommen von das habe ich aufgesammelt sonst habe ich nix bekommen das erwachsen schon wieder so ich mache jetzt mal so dass ich das never kaputt mache das portal und dann noch mal neu anzünden dass der das mal rafft so angezündet so mach das du gefährt immer kohle bestimmt du kannst du auch mit du kannst auch baum stemmen verbrennen dann kriegst du holzkohle dann kannst du auch machen so domi dann kommen wir hier richtung keller ja das war genau die büsche genau da war was anders war der war wohl noch um die ecke hier wo waren denn eigentlich hier ich habe noch ein zombie oh nein noch so ein weber neuer eingang war dann fährt das aber noch halb um ja ja das hat eine garage bekommen ach so die die kannst du das sind das sind schon fertige was du hier das sind die wird die werden gebraten die 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 büsche davon hast du schon aufgestellt okay da hast du schon fertig du hast sozusagen schon das produkt sozusagen hier schon in die kiste getan ich glaube wenn wir die sammeln erstmal eine kiste und ähm können wir die beraten was ist der flüssige xp tank für euch hier auf dem teller na flüssige xp tank was kann man denn machen so es ist ja nicht die xp sichern was stelle ich noch mal drauf stelle ich auf die ecke drauf damit deine xp ist abgesungen oh nein noch ein creeper oh nein nein Das dreckige Creeper ey, für mich war schon längst weg gewesen ey. Hallo! 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 Wie geht es Ihnen? Gut! Sehr gut. Was wollen Sie essen? Warte gerade, ein Salat. Geil. Schon geil, ne? Hatte ich eben auch Weißwechsalat. Er bleibt der Linie treu. Super. Wie er reinschmatzt, Alter. Nomm, nomm, nomm. Als wenn wir hinter den Assis wohnen, weißt du? Jetzt sind... Ein Liedes Wort. Ich auch. Bauen wir mal ins Bett, bitte. Ein Schwert. Ja, mach ich. Muss bloß gerade meine Zutat finden. Wo waren wir hier? Ach da. Zack, 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 zack. Wo ist er? Komm mal hier. Ah, ich brenne. Was ist das? Schau mal wieder. Nässe habe ich gebrannt. Weiß aber nicht warum. Was hast du hier gebrannt? Nässe habe ich gerade gebrannt. Ich weiß aber nicht warum. Wolltest du nicht Ziegeln haben für den Dach? Ja, aber ich habe da unten, die ich auf dem Arm gerade. Da kam er was angeflogen und hat sich gebrannt. Ach im Neverland. Ja, das kann eine Fledermaus gewesen sein. Wer brennt man? Fledermaus. Ja, die können nicht anbrennen, anzünden. Okay. Weiß aber hier ein komisches Jaulen. Das ist ein Gast. Okay. Oder ein Beerswolf. Ja, das kann auch sein. Nee. Das ist ja wohl aus Alten. Das ist ein Alten-Server. Das für Kollege hier. Mini-Golem. Sooo. Das sieht schon mal gut aus. Was ist der Jockey? Eisen, 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 Eisen. Mal gucken, ob er Eisen finden. Oh. 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 Ah so. Oh. Ah ja. Jetzt kommen wir mal weg. Erst mal oben steilen Heidelmann. Da folgt sich ja jede Körner. Das ist doch bestimmt irgendein Stack Erde, aber... What the fuck? So, Eisenwolli Farmen... So... So... Iron Ore... Oh, they call it under. Nice. So... Aber diese Leute, die da rumlaufen mit Schwertieren, die darf ich hier angucken, ne? Angucken darfst du die, ja. Und ich hauen, ne? Genau. Irgendwann wirst du sieben Tage lang Endgame-Tage gejagt. Jetzt sterb ich. Kommt Lava oder Ross. Ja. Das hatte ich hier mal voll die Schnauze bauen. Scheiß. Ist geil, aber wie oft brennst du denn? Ich kriege jedes Lava da weg, Wasser, ne? Das ist schwierig im Nether. Im Nether ist schwierig. Da kannst du dich nur langsam vorsichtig bauen, vorbauen und dann die Quelle zu machen. Äh... Einmal Wasser? Ne. Einmal Wasser kommst du nicht weit, glaub ich. Ausprobieren. Wenn ich meine Sachen da auskriege. Was, die haben wir im Eimer? Oh, wo ist man im Eimer, ja? Oh, nice. Oh, nice. Hier gibt's den Eimer. Gibt's den Eimer? Gibt's den Eimer? Gibt's den Eimer? Gibt's den Eimer? Oh, da ist der Eimer. Oh, bei mir irgendwo eine Kiste, da ist ein Eimer. Heißt ja klar. Ja, bei mir in meinem Ofen sind hier ist jeweils ein Eimer. Wo? In meinem Häuschen, in meinem Ofen. Das da war drin. Ja, das stimmt. Äh... Hiro. Kuppa. Kuppa nur ich erstmal nicht. So, mach's auch. Easy peasy. Die Wege. Das stimmt. Das ist aber. Das stimmt. Ich hab Predigt. Das stimmt. Das stimmt. Die Wege. Das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich die Idee auch mal mit Petroleum machen kann. Es regnet, es regnet. Es ist ein bisschen lecky, heute so insgesamt, oder? Es ist ein bisschen lecky, heute so insgesamt, oder? Ja. Aber mir läuft das gut eigentlich. Okay. Aber mir ist ja zwischendurch mal ein bisschen zickig. Jetzt raus. Wie geht's raus? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Die Chance ist so seit dem Update wirklich da drüben. Er hat nichts gebracht mit dem Neusetzen von dem Portal. Martin? das ist schlecht das heißt da können wir uns dann schon mal einen weg ausdenken ja da kann man da einfach das ist was kommt ganz dicht neu aber ich glaube wir kommen sowieso jetzt in den umkreis immer da ich immer da wieder raus also ich denke mal das war uns sagen wir können bauen können und dort dann vielleicht ein häuschen oder doch immer dann da dann zum portal machen genau richtig 18 27 36 in zwei monaten ist schon weihnachten ja da haben wir was für eine freude ich habe zwei vier rutschen so ok reaktor so 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 so